das muss ich jetzt mal filmen schaut euch das mal an fast komplette vollbild 62 euro auf 10 cent das ist heftig das bild das wären 620 euro bild das ist heftig oder hat man jetzt einfach mal drauf gesagt kommt vielleicht kommt da noch mal was rotes leider bricht so was hat nur noch auf 10 cent das ist halt oder maximal 20 40 cent vielleicht ja eigentlich muss das durchziehen ach das ist ja okay ist noch ja eben deswegen ja deswegen sagen wir es ja ja leck mich fett also nicht ist das nee das war das war es ja scheiße ich habe gedacht da geht es vielleicht mal auf 140 wenn du einmal drückst ja ja krass oder ja 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 das war ein bisschen spitze ja ja na komm schon naja zu viele umdrehungen kaum ein bild ja 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 lang wir ja 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 Oh, ah, schade. Das ist schon geil. Wie der läuft. Ja, war klar. Hallo. Hat man was ordentliches gebracht? Oh, schade. Das ist ja die Faxen. Warum geht der auf 20 Cent? Weil es ihm zu hoch ist. Du müsstest auf 1 Cent spielen. Ja, bei mir kommt auf den Euro auch nichts mehr. Viel zu viele Leerumdrehungen. Draufgehalten, schauen wir mal. Boah! Leck mich fett, ey. Der Alp-Bronzer. Alles über den Zehn ist okay. Zehn. Okay, das wird jetzt nicht ein Zwanni. Gar mit Leben. Ach, das zweite höchste. Ist da ein Dreier drin? Ja. Das ist ja wenigstens. Nee, ich krieg nicht mal ein Zweier. Ein Zweier. Großes Kino. Musik Musik Bis zum nächsten Mal.